Musik Na ja, wenigstens bleiben die Baumstämme unten liegen und verschwinden nicht. Musik 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 Hallo, da bin ich wieder. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid, liebe Zuschauer. Ich habe mir grundsätzlich was überlegt. Die Hani hat ja schon erzählt, dass es mehrere Enden für dieses Spiel gibt. Was haltet ihr davon, liebe Zuschauer, wenn wir euch die alle zeigen? Gut, das ist eine hervorragende Idee. Ich muss dir dann nur sagen, dass wir diesen Bossfight nochmal machen müssen. Musik Also ich wäre auch dafür. Ihr könnt gerne eure Meinung schreiben. So Marcel, du musst die Baumstämme jetzt wegsammeln. Einmal weischen und dann habe ich schon welche weggemacht, weil ich nicht wusste, ob die liegen bleiben. Ja, ist immer so eine Sache, ne? Ich muss auch gleich nochmal was essen. Ich muss auch gleich nochmal. Ach, ich muss hier oben weg. Verdammte Scheiße. Wieso Chris Besuch? Ja, ja. Dann fälle ich erstmal hier die auf dem Grundstück. Ja, ist ja auch noch ein paar. Ich sage mal, die Stimme noch hier weg. Oh, jetzt hat er die Musik wieder abgenommen. Was soll denn das? Warte mal. Jetzt. So, ich packe die erstmal hier ins Lager rein. Das ist für mich der einfachste Weg, die wegzuräumen, ohne dass sie verschwinden. So, einer ist im Wasser. Raum fällt. Nicht ins Wasser! Warte, vielleicht kriegt den von hier oben. Tatsache, ich kriege von hier oben. Das ist gut. So, Raum fällt. Jo, bin weg. Ah, da ist ein bisschen was nach draußen gefallen, glaube ich. Warte mal, steckt hier auch noch welche im Felsen? Ne, ne? Oder? Doch. Im Felsen war auch noch einer. Also den aus dem Wasser habe ich noch rausgefischt. Ja, ist gut. So, ich fälle mal den nächsten. Und schon wieder Besuch. Doof, hier können wir aber nicht mehr einlagern. Ne, wir können die dort gleich setzen. Wenn wir nicht gestört werden, ja. Dann können wir das. Ich habe eigentlich keine Lust, so weit damit zu laufen. Das Ding steht ja schon. Was mit dem hier? Was braucht der noch? Seil und Baumstimme. Ein Baumstamm brauchen wir noch. Den nehmen wir doch gleich mit. Okay, okay. Okay. Was quitscht? Was quitscht? Was quitscht denn das Ding so? Ja, ich habe die so weit ich konnte. Aber es fehlt mir noch ein Seil. Warte mal, dann mache ich mal noch schnell eins. Zwei? Um die zweite Falle fertig zu machen. Jetzt fehlen bloß noch Stickies. Jetzt fehlen bloß noch Stickies. Ich habe auch gerade tatsächlich ein paar aufgenommen. Und ich sehe auch, ich muss bald wieder was essen. Ist die fertig? Ja, die ist fertig, ne? Naja, da fehlen sie. Ja, ist sie fertig? Ja, ich habe die letzte Stickies da jetzt angeklopft. Wunderbar. Sehr schön, bin mal gespannt. So, Falle habe ich nochmal aufgestellt. Ich habe auch wieder was zu essen mit. Das ist sehr gut. Ich muss auch selber gleich wieder zu lang. Ja, was gibt es denn heute? Kaninchen, ne? Nee, ich habe keine Lust auf Kaninchen. Hier mal Pitsch. Da brauchen wir jetzt zwei Rehfälle. Achso, okay. Schön, Omega-3. So, Fälle. Da haben wir ja auch einiges. Ja, für die Stühle brauchen wir zwei Rehfälle jeweils. Jeweils, also es sind ja zwei Stühle, ne? Hm. Oh, das ist so, bringt man nicht mit der Steuerung manchmal. Das Hasel. So, also vier Rehfälle insgesamt. Ja, das ist doch gut. Dann können wir die ja auch. So, dann fehlen uns nur noch die Stickies dafür, ne? Mhm. Die können wir ja hier wieder aus der Kiste rausnehmen. Ich mach mal fix die Vogelhäuser hier oben. Okay. Ja, was ist mit dem hier? Oh, das hier ist doch noch die Gnome. Okay. So, ein paar Bücher. Sehr gut. 20 Stickies fehlen da noch, okay. Ein Stuhl ist schon fertig. Sehr schön. Das mit der Musik ist so herrlich, ne? Wie in der Werkstatt oder so, weißt du, wenn die da arbeiten? Ja? Ja. Was macht denn hier komische Geräusche? Ah, ist süß. Betsy ist auch wieder da. So, die Vogelhäuser sind auch für dich. Wieso ist hier ein Baumstamm? Ja, ne, haben wir wahrscheinlich nicht eingesammelt. Und Stickies liegen hier auch so rum. Äh, warte mal die ganzen Steine hier. Ja, die Lager sind voll. Ich weiß nicht, brauchen wir noch irgendwas mit Steine bauen, dass wir die da rauskriegen und dann, äh... Machen wir noch. Warte mal, warte mal, warte mal. Da ist mal ein Baumstamm. Da ist mal ein Baumstamm. Da hinten sind auch noch welche. Eigentlich hätte ich doch den da hinten gleich umsetzen können hier. Da mit rein. Ich muss mal gucken, ob das funktioniert, weil ich mir jetzt grad gedacht habe, mit der, mit der Brücke hier, ob das auch nicht zu lang ist. Sonst muss ich noch einen zweiten Turm hier hinbauen. So mehrere Türme hatte ich schon für sinnvoll. Dann kann man ja... Naja, ich weiß nämlich nicht, ob das... Ich weiß nämlich nicht, ob das, äh... Naja, zu sehr durchhängt. War ich nicht... Ich will mal gucken. Tschüss. Na da. ? Ja, das ist gut. man hängt dazu sehr durch gerne ja da muss noch ein turm hin dann ist das so machen wir das auch machen wir noch eine plattform also ich bin gerade dabei den turm hier hinten noch aufzubauen deswegen völlig drinnen gerade bäume und ich höre auch schon hier draußen lunge dann auch schon wieder welche rum ja die haben keine annahme von belegen aber der hat gerade zahnverläutert das wollte ich ja eigentlich nicht aufmachen ich hab gedacht das könnte hier hinten wohl aber klar Ah! Oh, da hinten rennen sie wieder. Ist schon ja dunkel, ne? Na, noch nicht, aber... Na dran. Ah, jetzt wird's dunkel. Die Musik. Wenn du nichts hast, dann ist auch Musik erst, ne? So gut. Also schlafen können wir schon. Okay, wollen wir denn schon schlafen gehen? Hm. Ja, ich denke, das machen wir. Und dann weg nochmal gucken, dass ich hier Stickys kriege, die brauchen wir ja auch. Ach, Quatsch. Ich renne immer noch hier hinten hin, weißt du? Wo wir angefangen haben. Hm. Kleine Stücke Wohnheit ist schon da. Na gut. Na komm, lass mich doch jetzt. So, machen wir erstmal ein Nickerchen. Danach auf jeden Fall speichern. So, ja genau, speichern. Und Wasser trinken. So, genau, essen, 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 da. Können wir noch hier hinten gucken, da ist nämlich noch genug drinne. So, was gibt's heute? Fisch. Gefielte Fisch. Nochmal ein paar Blätter einsammeln. Davon kann man auch nicht genug haben. Ja, den anderen Turm, den du neu gesetzt hast hier vorne, den baue ich mal noch so weit auf. Aber Seile werden dann noch fehlen, ne? Ja, ich kann die fix herstellen. Ich habe ja genug Stoff bei mir, also. Okay. Das geht schon. Wie viel Stoff hast du? 307. Oh ja, du hast mehr als ich, dann machst du das. Weil ich habe 128, aber wenn ich so dran denke, was wir sonst damit machen, Mollys zum Beispiel, dann sind die auch recht schnell weg. Oder Rüstung mit den Knochen. Ja, aber ich versuche jetzt mehr auf Mutantenhaut zu gehen, anstatt auf Knochen. Okay. So. Den wollen wir mal. Den Unkraut wegnehmen. So, Pastikis. Apropos, siehst du, hier ist das eigentlich viel zu dicht, der Baumstamm. Oh, ein Holzbalken noch. Dann ist der andere Hochsitz auch soweit. Okay. Warte mal, Kettensäge. Der Turm steht auch. Sehr schön. Was hast du jetzt mit den Steinen in dem Superschlitten gemacht? Ja, der Baum muss auch weg hier. Ganz dringend. Da ist doch schon wieder irgendwas. Mein Benzin ist schon wieder alle. Ich habe doch irgendwo schon wieder was gehört. So. Dann können wir die noch schon einsammeln. Da hinten rennen sie rum. Wo denn? Da bei dir auf Ecke oder was? Richtung Strand von uns aus. Ach so. Da rennt sie ein bisschen rum, aber die Krakelen dabei auch relativ laut. Oh, bei mir ist Muschi. Muschi, wo bist du denn? Ach, da bist du. Zeig mir her, deine schicken Beine. Wie? Ja, so dich nur auch nicht. Komm mal her. Ja, fein. Wie? Muschi hat mir gerade ihre Brüste ins Gesicht gehalten. Sie hat dich gern. Ja, ich glaube auch. Sie steht auf Manfred. Und sie kotzt die... die Wirküle ihre Gönnen ab. Ich habe mir schon mal gesagt, ich will ihre Brüste nicht. Ich bin am Kaminis doch nicht in den Fass, ne? Wo ist sie denn? Ja, sie ist ein bisschen blutig. Oh Gott, Baby, das fliegt hier am Zaun vorbei. Nein, ich habe mich schon verlegt. Muschi ist tot. Aua. Wo ist denn das verkackte Baby jetzt? Ach, war ja. Ich muss wieder rein. Der hat mich rausgeglitscht hier. Ja, ich bin auch draußen. Echt? Aber ich muss den Baum hier noch fällen, sonst äh... Aua. Kannst du dich mal um das ekelhafte Baby kümmern? Gerade erledigt. Sag mal, was ist mit dir? Boah, da. Alles so eine Baumkuschle, weißt du? Was? Ist der gesprungen? Gewerse, komm. Wir gehen jetzt hier rein. Okay, wo ist der Eingang? Äh... Hier. Ne, ich gehe woanders lang. Ja, der macht das. Ich brauche keinen Eingang. Weih hatte ich genug hier an den Steinen. Jetzt rüttelt der da wieder am Zaun. Der alte Asthmatiker. Wo ist er denn? Da. Da. Die ist schön kuschelig. der ist auch immer wieder begeistert oder sie ich weiß ja nicht ja ja ich hab gerade reingesprungen haha ich hab den fall im arsch gepiekt einmal zum trock gehoben bitte meine fresse der konnte aber jetzt das feuer ist gleich hier vorne also hier immer diese vandalen hier war da mal irgendwo sind doch hier noch baumstämme ja du klopf mal da ist mir egal ja ein paar baumstämme habe ich auch schon reingesteckt in den hochsitz hallo nur einen wunderschönen guten abend da ist wieder er brennt hier so schön hier war der vergründeten augen hast du dir schon mal die zehe angeguckt manchmal ein bisschen abartig also es sind keine keine zehn mehr das sind keine zehn nägel mehr das sind schon krallen schädel sammeln schädel 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 wir brauchen nicht hier weißt du warum die andauern kommen weil die hier brennen natürlich bestimmt gut für die ich habe hier noch ein ja ich mach mal das feuer normal das nämlich gerade ausgegangen ich habe gerade den baum gefunden der lach außerhalb den hat hat er mir hier auch schon wieder für komische geräusche hier ich weiß nicht ich mache da irgendwelche übungen ich kenne mich damit nicht so aussuchen ich möchte wissen womit die sich die maske da festgemacht haben weil ich doch nicht irgendwie faden dabei haben oder so so haben wir denn jetzt noch irgendwo hier beim stemmen guten abend so noch ein betten holz wunderbar dann mit denen eingeborenen amüsiert gehe ich mal pastikis holen ja wenn ich so damit ablenken kann ich auch gut ja mach mal vielleicht kann ich hier auch noch ein paar bäume fällen die hier zu dicht stehen und ich springe hier gegen den zaun ja ja die sind die begasten sind die dort als wenn die davon ausrichten können ja ob man sich der zaun schon aussehen würde wenn wir die jetzt also weiß schon auf fällt doch so dann haben wir die wunderbar warte mag ich die wieder hier reingeschmissen das klappt der baum ist mir hier nicht der muss weg so dann haben wir hier wieder ein für grill fest ja es gibt alte grinden ja ja das ist das ist schon kein käsefuß mehr das ist ich weiß nicht was das ist das ist die geheime zutat von maggie weißt du äh ach da läuft noch was also ganz alleine sind wir hier nicht ja hey da ist gerade ein baumstamm runtergeflogen hast du ein baum gefällt ja natürlich ich hab doch gesagt ich habe die baum gefällt dass du das nicht gehört äh du wolltest eigentlich stickies holen das habe ich gehört ja ja und dann habe ich gesagt ich hole noch ein paar baumställe ach so weil ich gerade gesehen habe dass die bäume jetzt ziemlich dicht an unserem zaun sind und das ist nicht gut nutzen dann die wilden um darüber zu hüpfen ok der ist fertig der tun aber ich glaube wir werden sowieso noch mehrere türme dann machen wir ja ein paar kommen noch unser wagen steht noch hier draußen ist gut den habe ich schon vermisst den wagen so jetzt aber stickies jetzt müsste eigentlich drinnen genug holz liegen erstmal ja da liegt wieder was ich muss aber mal was essen damit ich das bisschen schneller transportieren kann hier wieder na komm nehmen wir hier so einen alten fisch leicht fermentiert ja den kannst du alleine essen das ist nicht so schön so ein sticky fehlt mir noch ein sticky das ist ja so verdächtig an das ist ja so verdächtig an